Neulich in Aventurien. Ein DSA-Fan-Podcast. Folge 14. Als Schurke lebt sich's leichter. Hallihallo Hallöchen und ein fröhliches Ei Gude zusammen vom Neulich aus Aventurien-Team, deinem Lieblings-Podcast aus der Welt des Schwarzen Auges. Heute mache ich, der Mischka, denn der Esel lernt sich immer selbst zuerst, wie wir es von Koali gelernt haben, euren Moderator. Außerdem mit dabei die ebenso scharfsinnige wie liebpreizährende Juli Karls. Hallihallo Und der ebenso wortgewandte wie regelfeste Atta. Hi Ja, wir wollen heute über ein besonderes Thema sprechen, über Schurken. Und da haben wir uns ganz wilde Schurken-Pläne zurechtgelegt, wie wir denn so einen Podcast darüber machen. Und da gebe ich mal an die Oberschurken, weil die hat da irgendwie was vorbereitet, habe ich gehört. Ja, schurkisches, schurkisches. Äh, richtig. Wir, die Oberschurken hier, ähm, wollen mein bisschen schurkisch-lästig-gutspielen, ähm, darüber sprechen. Und, ähm, wir haben ja schon letztes Mal über den Oberschurken gesprochen, äh, den Namenlosen und haben da damals, äh, gesagt, naja, so ein, äh, geweihter des Namenlosen als Spielcharakter ist eher ungeeignet. Ähm, vielleicht als, naja, als Spieler des Meisters, ähm, aber ansonsten eher für den Meister einzusetzen, diese Charakterposition. In DSA und Aventurien ist es aber nun durchaus möglich, ähm, nicht nur die reinen Helden zu spielen, sondern auch, äh, Schurken. Und zwar in der vollen Bandbreite, egal, wo man anfängt. Und, ähm, da hat Atta eine schöne These dazu. Oder eine nicht so schöne These. Ich bin nämlich der Meinung, dass Schurkennen sich einfach nicht als Spielcharaktere eignen. Schurkennen sind für mich keine Spielcharaktere. Man muss natürlich sich fragen, was genau ist ein Schurke, seine Schurkinn. Aber wenn man diese Frage stellt und meiner Definition folgen würde, solche Charaktere möchte ich als Spielcharakter nicht in meiner Runden haben. Da bin ich knallhart. Moment, Moment, Moment. Du willst die nicht in deinen Runden haben oder es sind per Definition keine Spielcharaktere? Ist für mich ein großer Unterschied. Ja, ich glaube tatsächlich, ich geh so halb mit. Ich finde, es ist kein großer Unterschied, weil im Endeffekt es immer erlaubt ist, was Spaß macht. Und wenn eine Gruppe der Meinung ist, wir möchten Schurkennen spielen und Heldencharaktere, sag ich mal klassische, dann ist das für mich okay. Ich sehe aber Schurkennen eigentlich nur in reinen Schurkennen-Runden wirklich als geeignete Charaktere an. Also entweder sind alle Schurken oder keiner ist ein Schurke. Aber ich finde, Schurken in Runden mit Nicht-Schurken zusammen führt immer am Ende zu Konflikten. Und es führt für mich nicht zu einem guten Spielgefühl, was ich für meine Runden möchte. Dann sollten wir vielleicht wirklich erstmal hart definieren, was ist denn dann für dich ein Schurke und was nicht mehr. Weil mir fallen da sehr viele Beispiele ein. Jetzt einmal einen raushauen, Robin Hood, ist das noch ein Schurke? Ja, naja. Also da muss man definitiv drüber sprechen, was man als Schurke definiert. Also ich möchte jetzt nicht, ich fange jetzt einfach mal an, ganz dreist als Gast in diesem Podcast. Dafür wirst du da, hau raus! Ein Schurke ist für mich nicht das, was man aus MMO-RPGs wie WoW als Schurke kennt. Also der klassische Diebesrollen-Assassine-Mischung aus Dieb und Assassine, der einfach nur auf Schleichen, auf Heimlichkeit und auf im Schatten agieren geskillt ist. Also bei DSA wären das Pendanthaft wahrscheinlich Dieb-Innen-Einbrecher-Innen, klassischer Streuner, genau. Ein Schurke ist für mich ein Charakter, der sowohl in der Wahl seiner Mittel als auch, beziehungsweise mindestens in einem der beiden Faktoren, weil in der Regel in beiden, sich negativ verhält. Also der den Egoismus, der seine persönlichen Ziele über alles andere stellt, der egoistisch handelt, in der durchweg jeder Charakter handelt mal egoistisch, aber der immer egoistisch handelt und der auch Mittel wählt, die als moralisch verwerflich gelten. Nach DSA-Prinzipien. Das ist natürlich auch nicht ganz klar zu trennen, aber es gibt ein paar Sachen, wo, glaube ich, eventuell man sich darauf einigen kann, dass es prinzipiell eigentlich moralisch verwerflich ist. Es gibt dann so Kleinstgruppen, die das anders sehen, weil niemand sagt, ich handle moralisch verwerflich. Jeder geht ja davon aus, dass selbst der Gute ist in der Geschichte. Klingt für mich jetzt so ein bisschen als, das steht und fällt mit der Motivation des Schurken. Also wenn ich jetzt so die klassischen, ich gehe mal die klassischen Marvel-Schurken durch, die haben ja in den einigen Fällen einen sehr plausiblen Hintergrund, warum sie so böse geworden sind, wie sie sind. Also fällt dir jetzt gerade auf, Doc Ock ist, glaube ich, so das nachvollziehbarste Beispiel, wo dann die Frau irgendwie verunfallt ist und er deswegen sich an der Welt rächen will. Wie viel ist das noch Schurke, den man nicht spielen kann? Also eigentlich jemand, der nur dann Schlechtes tut, weil er ein gebrochenes Herz hat oder nur dann Schlechtes tut, keine Ahnung, Leute ausraubt, weil er denkt, er könnte seine Frau mit irgendwelcher Alchemie wiederbeleben und so weiter und so fort. Ist rein egoistisch, ist nicht in den Gruppenzielen vereinbar? Es geht auch viel darum, wie die Leute handeln. Also wenn jemand sagt, mein großes Ziel ist, meine Frau zurückzuholen und ich mache das, indem ich mich sehr Bohr und gefällig verhalte, indem ich irgendwie hoffe, dass Bohrum dann doch Gnade hat, ist das was ganz anderes. Aber grundsätzlich sind eine sehr egoistische Motivationen eben sowas wie, also es geht an vier plattere Sachen heran. Also ein Charakter, dem ist der, ich halte es für sehr schwierig in Aventurien, auch gerade wenn man sich Kaufabenteuer anguckt und was offensichtlich von der Redaktion auch so angedacht ist und die meisten Leute spielen, glaube ich, also viele Leute spielen Kaufabenteuer, die meisten möchte ich nicht sagen, dafür kenne ich nicht genug. Da ist oft eine moralische Komponente mit drin und nicht Geld allein. An irgendeinem Punkt des Abenteuers ist Geld immer nicht mehr ausreichend. Und klassischerweise sind für SchurkInnen Geld und Wissen vielleicht noch die Motivation, während für HeldInnen-Charaktere mal als Gegenentwurf oft auch moralische Prinzipien oder höhere Ziele, also eben die zwölfgöttliche Ordnung zum Beispiel oder Frieden oder Gerechtigkeit. Solche Dinge spielen für SchurkInnen keine Rolle. Für HeldInnen als Gegenentwurf quasi, unabhängig davon, ob es wirklich jetzt der strahlende Held als Ritter ist oder der Bauer, der auf ein Abenteuer auszieht und zum Helden oder zur Heldin wird. Am Ende werden ja irgendwie alle Spielercharaktere zur HeldInnen oder zur Leiche. Das sind, glaube ich, die beiden Möglichkeiten. Und es ist eben auch die Wahl der Mittel. Also indem man Unschuldige benutzt, verletzt, Unschuldigen schadet in einem Maßstab, wo es nicht um eine Abwägung der Güter geht. Also wo ich mich entscheiden muss, wenn ich mich entscheiden muss, ob ich Mensch A oder Mensch B tue, dann muss ich mich entscheiden. Aber wenn ich das tue, ohne Notwendigkeit, Menschen zu schaden. Das sind Sachen, die für mich einen Schurken definieren oder eine Schurke. Genau, und das meine ich halt, die Notwendigkeit ist ja meistens sehr, sehr eindimensional beziehungsweise sehr, sehr blickwinkelorientiert, mit der ein Schurke das tut. Ich versuche gerade den Namen rauszukriegen, mir fällt mir nicht ein. Der Doppelagent, der, äh, jetzt muss ich das gerade überlegen, das ist Age of Ultron, der sich quasi irgendwo einschleust, so tut, als wenn er gut wäre, aber dann sein Böses rauslässt irgendwann. Also mal eine ganze Kampagne konform mit den Charakteren spielt, du als Meister weißt, okay, der ist irgendwie entweder von der KGEA oder vom DBA. Und irgendwann lässt er dann die Gruppe zwingend auslaufen, weil sein Auftrag konträr zu den Interessen der Gruppe ist. Ist es dann schon Schurke? Ist es dann, ne? Also es gibt unglaublich viele Grauzonen in dieser Definition. Sicherlich, klar, ja, ja. Aber man muss sich, glaube ich, wenn man über so ein Thema redet, immer irgendwo an ein gewisses Stereotyp und an ein gewisses vereinfachtes System handeln, weil wir müssen ja irgendwie in Kategorien denken. Ansonsten kommen wir dahin, dass wir überhaupt nicht darüber sprechen können. Weil dann können wir auch nicht über was in Bedingungen das mit in sich spielen kann reden. Was ich hier so draus höre, ist im Prinzip, die Grauzonen gibt es. Und da kann man wahrscheinlich sich irgendwo noch spielen und bewegen. Ist es dann so, spätestens wenn ich mit dem Meister die Absprache habe, dass ich am Ende vielleicht irgendwas anderes oder Böses tue, bin ich ja gar nicht so frei in meinem Handeln als Spielcharakter und Schurke. Also bin ich ja gar nicht so spielbar, wie das eigentlich vorgesehen ist in einem Kaufabenteuer. Und dann gibt es die zwei Extremer. Im Prinzip bin ich ein normaler Charakterheld, was auch immer. Jedenfalls mit der Motivation, mit der Wahl der Mittel bin ich kein Schurke. Oder eben Schurke. Also sagen wir mal Schwarz-Weiß. Könnte man dann nicht nach Schwarz-Weiß trennen und nur die beiden Extremer sozusagen sich anschauen. Und wenn wir dann die extremen Schurken nehmen, ist das relevant und wichtig, was ich bin. Also ob ich ein Söldner bin, ob ich Dieb bin, ob ich Magier bin. Wenn nur die reine Motivation und die Mittel. Die Mittel hängen ja oft auch mit der Profession zusammen. Also mit dem Konzept. Also ich glaube, als Extrembeispiele, neben den Weiten des Namenlosen, ich glaube aber trotzdem tatsächlich nur eine Stufe weniger auf dem Extrem des Schurken oder der Schurkin sind PaktiererInnen. PaktiererInnen sind Charaktere, die sich mit dem Erzdämonen einlassen. In der Regel mit Erzdämonen, theoretisch kann man auch mit anderen Dämonen paktieren. Aber das sind hauptsächlich natürlich die PaktiererInnen der Erzdämonen. Und die diese Macht nutzen. Und theoretisch könnte auch ein Paktierer, eine Paktiererin mit der Festüberzeugung, etwas Gutes mit dieser Macht zu tun, herangehen. Also das komplette Konzept zählt nicht, wie ich etwas tue, sondern nur was ich tue. Am Ende ist entscheidend, dass ich etwas Gutes tue, egal wie furchtbar meine Mittel sind, wie eben ein Pakt, der ja mit dem Verkaufen einer Seele, was ja in dem metaphysischen Konzept von DSA ja extrem hohes Gut ist. Also im Endeffekt unterstützt man damit irgendwo das Chaos in seinem Sieg über die Ordnung, wenn man es ganz groß denkt. Und die Skala geht dann weiter, dann hat man sowas wie NekromantInnen als nächste Stufe. Was, glaube ich, die meisten AventurierInnen als unmoralisch ablehnen würden in der Handlungsform. Was man auch sagen kann, ich nutze quasi beschworene Untote, um etwas Gutes zu tun. Vom Konzept her passiert das zum Beispiel bei den Waldmenschen ganz viel, die ihre Tabus durch Wiedergänger schützen. Und dann kommen wir halt zu Sachen zum Beispiel, was ist mit einem, dann hat man sowas wie einen blutrünstigen Söldner, der einfach nur seinen eigenen Vorteil sieht, der Menschen auch tötet, um sich zu bereichern, der seine Verträge verletzt, um sich zu bereichern, der immer die Entscheidung trifft, ihn akut am meisten nützt. Und dann kommen wir halt sowas wie DiebInnen, die jeden ausrauben, die keine Ära, also diese typische Diebes-Ära haben, die man ganz oft bei SCs sieht, dieses Robin-Hood-Prinzip. Ich beklaue nur die Reichen. Ich beklaue, ich bereichere mich nicht, sondern ich gebe das dann auch großzügig ab. Ich gebe es in den Fex-Tempel zum Beispiel. Also ein Fex-Geweihter würde ja nicht einfach jedes Haus einsteigen, dass er reinkommt, das Geld mitnehmen und sich damit ein Palast bauen. Aber es gibt aber auch, man könnte auch einen Dieb spielen, der eben genau das tut, der jeden ausraubt, der jeden Beutel mit abschneidet und mitgehen lässt, auch von seinen Gefährträndern vielleicht. Sind also den Nachteil Habgier? Ja und nein, weil Nachteil kann man ja immer noch als so persönliche Herausforderung spielen. Ich möchte diesen Beutel abschneiden, aber ich weiß, dass es falsch ist und ich versuche es nicht zu tun, aber es ist halt wie so ein Suchtverhalten her. Wenn du sagst, ja, ich finde das richtig, der Stärkere, das Prinzip des Rechts des Stärkeren, ich nehme den Beutel und wenn ich ihn bekomme, dann habe ich ihn verdient. Das ist das, was man eher dem Schurken zuordnen würde, glaube ich. Das ist aber auch wieder Auslage, nur die Sache des Spielers, finde ich, Juli. Habgier heißt ja nicht, behalten Gier, sondern vielleicht ja nur den Kick, das Ding wirklich zu kriegen und danach schmeiß es weg und dann gib es wieder zurück oder was auch immer. Also es ist wieder sehr Auslegungssache und für mich hört es sich jetzt so an, Atta, als würdest du sagen, okay, ich will nicht das Schurken mitspielen, ich will einfach nicht das eindimensionale Mörderhobo-Charaktere ohne Tiefe, ohne Relevanz für die Geschichte mitspielen. Weil du kannst auch genauso den stumpfen Ich-hau-alles-erst-mal-kleinen-Krieger spielen, der super rondrianig ist, aber halt auf jeden Zwist, in Anführungszeichen, den man ganz locker mit Worten klären könnte, sofort ein Duell raushaut. Wäre für mich genauso nicht spielbarer Charakter. Ja, wobei mir das tatsächlich nicht um die Einzelnen, wenn es in Anführungszeichen geht. Dein Charakter kann ein sehr komplexes Konzept dahinter haben, warum er so geworden ist, warum er eben sich so verhält wie ein Schurke. Also ich finde, es gibt wenige Dinge, die wichtiger sind für eine gute Kampagne vor allem, als ein gut geschriebener Schurke. Oder ein gut geschriebenes Schurkin. Der Big Bad Evil Guy muss gut geschrieben sein. Der muss eine Motivation haben oder sie. Es muss einen Grund geben, warum er oder sie so ist. Also das war ja auch, wenn wir gerade nochmal zu den Marvel-Anspielungen nehmen, Thanos war ja lange Zeit sehr belächelt dafür, dass sein Prinzip nur ist, er möchte die Hälfte aller Wesen ausradieren. Und das war irgendwie auch nicht ganz durchdacht. Aber ein gut geschriebener Schurke oder eine gut geschriebene Schurkin, die ein Konzept hat, wo man klar ist, okay, keine Ahnung, da versucht jemand, alle Macht zusammen zu sammeln, um eben wie Borbara zum Beispiel die Götter zu entmachten und die Menschen zu ermächtigen. Das ist ja eine Motivation, wo man durchaus über die moralische Komponente reden könnte. Aber durch sein Handeln ist Borbara in jedem Fall ein Schurke. Er hat dafür beliebig über Leichen gegangen, er hat Dämonen beschwört, hat paktiert. Das sind alles Dinge, die man, glaube ich, gemeinhin, die es als moralisch verwerflich bezeichnen würde. Aus Sicht der Götter und der Menschen, richtig. Wenn man genau die andere Sicht einnimmt. Dämonen sind auch Wesen mit Rechten auf Leben und freier Entfaltung. Super Typ. Typ. Revoluzzer, Che Guevara von Aventurien. Ja, aber ich glaube, da muss man aufpassen. Man darf nicht in so einen moralischen Relativismus verfallen und sagen, es gibt nichts Richtiges und nichts Falsches in der Moral, weil es zum Beispiel gewisse Grundprinzipien gibt, die ich auch an meinem Spieltisch nicht, also ganz drastisch muss man sagen, man kann auch sicherlich eine Moral entwickeln, in der Vergewaltigung ein legitimes Mittel ist. Das halte ich aber grundsätzlich, sollte niemals in irgendeiner Spielrunde der Fall sein. Deswegen, es gibt gewisse Grundkonzepte und ich glaube, dass die Götter, egal was man von ihnen hält, besser sind als Dämonen. Da gibt die Lore genug her, um das als moralische Grundfeste, die nicht diskutabel ist, festzusetzen. Ob man jetzt ... Entschuldigung. Kann problemlos Paktiererrunden oder irgendwas wirklich niederträchtiges spielen und kann trotzdem sagen, okay, wir behalten uns No-Gos vor und so weiter. Ich will auch gar nicht sagen, dass man keine Schurk in den Runden spielen durfte. Und wer eine Runde von Mörderhobos spielen möchte, der soll eine Runde von Mörderhobos spielen. Es gibt sicherlich Leute, denen das Spaß macht. Und was am Ende gilt, am privaten Spieltisch, was Spaß macht, ist okay, grundlegend. Bedeutet also im Prinzip, wenn wir die Schurken nicht auf den profanen Dieb in Aventurien oder den kaltherzigen Söldner beschränken, sondern einfach auf die Motivation, die die Wahl der Mittel auslegen, dass es in einer geschlossenen Schurkin-Runde wäre, dass ja die Theorie durchaus funktionieren kann. Aber würde bedeuten, dass so ein Spielcharakter, wenn er sich in der Gruppe befindet unter Heldinnen, wenn das zu Konflikten führt und am Ende die Gruppe sprengt, das Spiel des Meisters sprengt, oder ist das vielleicht Konfliktpotenzial, was lösbar wäre, was durchaus Spieldynamik entwickeln könnte? Ich würde genau die Gegenfrage stellen, was ist denn bitte Konfliktpotenzial, das nicht lösbar ist? Weil es liegt ja immer an den Menschen. Stehe ich auf und gehe rauf, renn schreiend raus oder arbeite ich so lange an dem Konflikt, bis er wirklich gelöst ist? Also wenn jetzt in Time dein Bruder, warum auch immer, Paktierer wird, wirst du auch sagen, boah ja, Idiot, ne, ich hau ihn halt um, was soll's. Sondern du wirst ja alles dran tun, um den da rauszubringen. Da wird ja kein Weg zu weit sein. Wobei auch da, also es wird immer diese Grenze geben. Und ein Charakter, der grundlegend, also vom Grundkonzept her komplett als Schurkin angelegt ist, der wird sich da ja nicht rausbringen lassen, wenn das das Grundkonzept ist. Wie gesagt, es geht gar nicht darum, ich hab kein Problem mit Charakteren, die zum Beispiel sagen, ja, ich bin ein Gewaltes Namenlosen oder ich bin eine Paktiererin. Und ich möchte in dieser Kampagne als meinen privaten Nebenplot, der mit den anderen Charakteren interagiert, meinen Weg aus dem Pakt oder aus dieser Gewaltenschaft, das ist das Thema. Das ist für mich kein Schurke oder keine Schurkin, das ist quasi dieser gepallende Charakter, der wieder aufsteht. Ich rede jetzt tatsächlich explizit von Schurkinnen, die wirklich vom Konzept her dieses Böse als Motivation, als Überzeugung haben und behalten sollen. Klar, also grundsätzlich ist es immer, Konflikte sind wichtig, auch für Rollenspielrunden und mit einem großen Mehrwert. Aber mir geht es tatsächlich um Charaktere, die man wirklich als Schurkinnen sieht, die so geplant sind und die auch so bleiben sollen, die nicht zum Heldin, zur Heldin werden sollen. Weil das ist ja genau, das ist im Endeffekt derselbe Weg, den der Bauer nimmt zum Helden, zum strahlenden Helden, nur halt von einem anderen Ausgangspunkt. Aber am Ende steht trotzdem der Held als Konzept und als Ziel. Da muss ich so ein bisschen dran denken, dass der Spielcharakter tatsächlich dem Meister, dem NPC, den der Meister sich vielleicht als Bösewicht der Gruppe überlegt hat oder davor stehen hat, so ein bisschen den Raum rauben würde, oder? Wenn da plötzlich so ein Spielcharakter ist, der eigentlich plötzlich sich, also der als Schurke angelegt ist und man hat auf der anderen Seite drei Spieler, die wirklich Gutes wollen, wird das dann nicht zu viel an Konflikt, zu viel an ... Sowas muss auf jeden Fall vorab besprochen sein. Und ich glaube, es ist absolut notwendig, dass es eine Motivation gibt, die ausreichend groß ist, diesen Charakter dabei zu unterstützen auf diesem Weg. Gerade wenn man mit den Schwierigkeiten auf diesem Weg spielen möchte, mit Rückfällen, mit all diesen Sachen. Weil, sag mal, wenn du jetzt einen Belal-H-Paktira mit einer Rondra-Geweihten in eine Gruppe packst, das wird nicht gut gehen. Da musst du schon von Beginn an einen sehr guten Grund haben, warum die Rondra-Geweihte den Belal-H-Paktira nicht direkt richtet. Deswegen, das muss dann vorher sehr intensiv versprochen werden, wenn du wirklich einen Schurken-SC dabei haben möchtest, der quasi dessen Weg auch ein Teilsplatz sein soll. Das sollte auch mit der SL abgesprochen sein, weil die ja auch mitgehen muss bei diesem Weg. Aber das geht bei vielen Dingen. Also, sag mal, alles, was nicht unter Klischee fällt, sollte man vorher mit der SL abstimmen, wenn man irgendwelche speziellen Perspektiven zu einem Charakter hat. Man kann ja auch nicht einfach eine Runde reingehen und sagen, ja, mein Charakter plant, eine Weihe zu erstreben und redet kein Wort mit der SL. Sowas muss ja auch mit der Umwelt interagieren. Alles, was größere Veränderungen des Charakters oder der Umwelt beinhaltet. Oder ich möchte irgendwann einen Adelstitel haben. Wenn du das nicht kommunizierst, wirst du den wahrscheinlich nicht bekommen, einfach so. Für mich eh immer ein großes Problem im Unterschied. Wir bauen eine Gruppe zusammen und jeder hat so sein persönliches Geheimnis, was die anderen rausfinden müssen. Und dann, wie der Teufel zu will, sind die zu konträr oder was auch immer. Ich bin da immer ein großer Freund davon, wenn man vorher sagt, ich hab das vor. Das wird am Anfang noch nicht gezeigt. Da will ich mit meinem Charakter hin, damit die anderen auch wissen, was später auf sie zukommt, wie sich das später anfühlen wird. Wenn da zu viel Jack in the Box ist, das ist für mich einer der Hauptgründe, wenn Gruppen dann mal nicht mehr funktionieren. Das heißt, also im Prinzip ist es eigentlich wieder mal der Dreh- und Angelpunkt der Meister, der das Wissen haben sollte, muss und auch mit ihm in Ansprache er das entsprechend koordinieren kann. Ich glaube, ein grundsätzliches Prinzip ist, der Zusammenhalt der Gruppe muss immer stärker sein als die Konflikte. Das sollte man vorher quasi immer in so einer Gleichung setzen. Wir haben das in einer Vampire-Kampagne, die wir privat gespielt haben, gehabt. Unsere Charaktere, ganz platt gesagt, die Welt wäre untergegangen, hätten sie sich getrennt. Das ist eine extrem starke Motivation. Das hat dazu geführt, dass Charaktere, die sich eigentlich von ihrer Art her hassen und komplett gegenläufig sind, trotzdem zusammengearbeitet haben und darauf aufbauen dann tatsächlich etwas wie Respekt oder ein grundsätzliches, zumindest eine Toleranz des Verhaltens anderen entwickelt haben. Wenn du eine Gruppe hast, wie die meisten DSA-Gruppen mit, also mit ganzem Klischee spricht, ihr habt in Taverne zusammen einen Zettel gelesen, habt euch bei der Auftraggeberin und dem Auftraggeber gemeldet und ihr nehmt den Auftrag an, dann dürfen die Konflikte nur sehr oberflächlich sein, weil schon, sag ich mal, da kann es theoretisch schon eine Gruppe daran scheitern, dass der eine ist ein Rashtula-Gläubiger Novadi und der andere ist ein strenger Zwölfgötter-Gläubiger Mittelreicher. Das kann theoretisch dann ausreichender Konflikt sein, weil es widersprüchliche moralische Prinzipien sind und eine widersprüchliche Weltsicht, worüber sich Charaktere zerstreiten können, wenn man es realistisch betrachtet. Natürlich kann man dann Metagamen. Das werden die meisten Gruppen auch tun. Also die meisten Gruppen lassen es nicht daran scheitern. Man sollte sich immer in den Kopf rufen, wie stark darf der Konflikt sein, dass die Gruppe nicht sprengt und wie stark ist die Motivation, der Gruppe zusammenzuarbeiten gegen diesen Widerstand? Wie stark ist die Motivation, meinen Charaktere zu helfen, wenn mein Bruder Paktierer ist oder Paktiererin, meine Schwester? Ist das eine viel größere Motivation, als wenn ich Alrik aller Welt an der Kneipe getroffen habe und dann herausfinden, dass es ein Paktierer ist. Ja, dann erschlag ich den. Ganz platt. Wenn er Glück hat, lasse ich ihn laufen. Aber das war's. Da habe ich keine intrinsische Motivation, ihm oder ihr zu helfen. Ja. Da ist der kleine Hoffnungsschimmer in dem nicht ganz reinen Schurken, den doch noch zum Guten zu bewegen oder seine Motivation oder seine Mittel oder seinen Gruppenzusammenhalt oder überhaupt irgendwie ihn zu packen, was ihm wichtig ist. Also dieser kleine Hoffnungsschimmer würde es ja schon ausmachen, ob der Charakter, also ob der spielbar wäre oder nicht. Also ich muss spontan an eine Gruppe denken. Superhelden werden dann von Schurken überfallen und drehen den Spieß um. Die besiegen die Schurken und rauben dann meine Schurken aus. Also ich war Spielleiter. Da war ich dann ein bisschen platt, als dann die Helden plötzlich meine Schurken ausgeraubt haben. Ist das nicht normal für jeden Rollenspieler, dass man den, den man umhaut, looten muss? Das ist tatsächlich so eine spannende Frage und ich finde, da merkt man sehr unterschiedliche Herangehensweise. Also Leute, die eher durch PC-Spiele geprägt sind, sind dieses Looten sehr stark intrinsisch. Und ich habe halt ganz oft dieses, also mein Charakter hat schon mal drei Heiltränke zerstört, weil sie in der Tasche eines verstorbenen Bobaradianers waren, den wir in einem Dungeon gefunden haben. ISL war schockiert, meine MitspielerInnen waren schockiert, aber für meinen Charakter war es logisch, dass der nicht einen unbeschrifteten Trank trinken würde, der in der Tasche eines Bobaradianers ist. Und auch selbst wenn er beschriftet gewesen wäre, wäre er auf gar keinen Fall. Ja, hallo, das ist doch klar. Er hat dich dann gerochen, er hat sich einfach zerstört auf Stabeslänge. Ich zitiere da immer sehr gern den guten Hottney, der sagt, von mir hat noch nie ein Charakter jemals einen Toten bestohlen oder ausgeraubt, weil warum, wie du schon sagtest, auch selbst wenn das jetzt ein guter wäre, ein guter Ritter, warum soll ich dem Ritter sein Schwert wegnehmen? Ich habe doch ein eigenes. Ich glaube, da muss man auch immer auf den Hintergrundcharakters, also dass zum Beispiel der Söldner, der wird wahrscheinlich gucken, okay, die Stiefel sind auch saugut, die nehme ich mit, aber der wird ihm auch nicht das letzte Geld aus der Tasche ziehen, sondern auch seine persönlichen Gegenstände, wenn er ein persönliches Schmuckstück hat, das geht ins Grab. Das ist überhaupt keine Frage. Aber die Stiefel, ja gut, die hätte er mir auch gegeben, wenn er es noch hätte sagen können. So nach dem Prinzip. Ja, das ist aber dann auch nachvollziehbar, finde ich. Und da werden für mich Spielercharaktere zu den wirklichen Schurken, wenn sie sich halt wirklich so wie Diablo-Charaktere, wir nehmen alles mit, was rumliegt, und gehen zurück in die Stadt, wenn wir verkaufen müssen, und dann geht's weiter. Das ist für mich eher ein Schurken-Dasein, beziehungsweise so ein Problem, was ich bei eigentlich allen Rollenspielen sehe, wenn du Charakter neu anfängst, ist erst mal die erste Priorität für die ersten ... Ich hab keine Ahnung, ich spiele schon, wir müssen erst mal Gold besorgen, um Ausrüstung zu kaufen. Spannend, die erfahren habe ich überhaupt noch nicht. Meine Gruppen, also ich hab das Gefühl, ich bin sehr großzügig mit Gold, weil ich meine Gruppe auch, wenn sie ihre Aufträge erfüllen, es gönnen möchte, dass sie ihre Aufträge verbessern. Ich glaube, die meisten meiner Gruppen, die länger gelaufen sind, haben halt irgendwann mit dicken Goldbeuteln rumgelaufen, aber ausgehend hat das keiner. Aber es ist nicht immer die Frage, woher kommen die Spieler und die Spielerinnen? Aus welchem Hintergrund? Und ich kann mir auch vorstellen, dass es auch so was ist, dass es so, wann haben sie mit einem Rollenspiel angefangen? Ich glaube, dass in den frühen Rollenspieljahren war das noch viel normaler, dass man gelootet hat, dass man Belohnung bekommen hat, wenn man die Gegner erschlagen hat. Klar. Die Belohnung war halt dann die Waffe des Gegners quasi. Nächstes Mal in alten Abenteuern, mein Liebling ist immer der schwarze Turm, also das Einsteigerabenteuer der dritten Edition. Da stand halt bei jedem Räuber dabei, dass der einen kaputten Kamm in der Tasche hat und zwei Knöpfe und ein Kupferstück. Also die gingen davon aus, du hast einfach wirklich jeden zerpflückt, den du gefunden hast. Was ich halt auch schon wieder fast Richtung Schurken finde, weil, sind wir mal ehrlich, begegnet dir im echten Leben ein Toter auf der Straße, dem wirst du nicht erst mit den Taschen durchsuchen. Vielleicht, weil du die Polizei rufen willst und wissen, wer du gefunden hast. Okay, aber das war's dann auch schon. Aber auch ideologisch. Also Leichenblatterei ist im Militär verboten, ist durch Boron verboten, ist, glaube ich, auch in anderen Glaubenspanthien groß was verboten. Eventuell noch okay in Kulturen, die halt permanent Not gewohnt sind, wo es darum geht. Also auch ein Pirun-Gewalter wird wahrscheinlich eher einem Toten noch etwas abnehmen, was seinem eigenen Überleben dient. Also niemand soll sein Leben riskieren dafür, dass er dem Toten seine Sachen lässt. Aber wenn du jemanden auf der Straße, wenn jemanden, keine Ahnung, in der Stadt stirbt, dann solltest du nicht das Haus ausräumen gehen als allererstes, sondern sich mit Gräbnis kümmern. Natürlich, sein Pferd mitnehmen, das steht doch gerade daneben. Ich könnte gerade ein Pferd gebrauchen. Aber im Prinzip kann man ja als Meister einfach alles, wenn jemand dazu tendiert, alles zu looten, das Lootbare einfach wertlos machen. Dann hört er hoffentlich von selber auf. Ich finde da echt die Methodik von Atta fast schamhafter. Also bei mir mache ich es auch mittlerweile so, wenn die in der Taverne essen gehen, dann gehen die halt essen. Wenn die jetzt natürlich anfangen mit, wir wollen Kaviar und hast du nicht, okay, jetzt müsst ihr mal wirklich dann Geld bezahlen. Aber ansonsten ist das dieses Min-Mexen, wie viel Kohle habt ihr, habt ihr genug Fackeln dabei, wenn das deinem Spielfluss dient, okay. Aber ansonsten erzieht man die Helden zu Schurken, finde ich. Ja, ist einfach auch unwichtig machen. Und wenn dann jemand irgendwie etwas, sag ich mal, erreichen möchte, irgendeinen bestimmten Gegenstand, irgendwas Bestimmtes, dann muss das sich anders erarbeitet werden als durch 250 Gold. Ganz genau. Weil das kriegst du halt einfach nicht gekauft. So, da muss man sich eine andere Aufgabe überlegen. Wobei vielleicht, also, ich glaube, wir sollten dann ein bisschen zum Thema der Schurken-Spielen zurückkehren, weil das ja sehr spezifisch ist, wo wir reden. Ich glaube, auch da würde ich, dass der Grundtipp ist, rede mit den SpielerInnen. Die haben wahrscheinlich eine ganz andere Sichtweise darauf. Klär mit denen, wie deine Weltsicht, wie ihre Weltsicht ist. Weil es sehr darauf ankommt, wie ernst siehst du die Welt, wie gamistisch betrachtest du das. Gamistisch ist das Looten halt, eine Möglichkeit an Ausrüstung zu kommen. Auch wenn man sehr auf eine Immersion aus ist, ist es halt sehr, sehr seltsam. Das ist halt je nachdem, woher kommen die Leute und so was. Ich glaube, es sind für erst mal die Leute zu reden, bevor man versucht, sie zu erziehen. Das finde ich immer schwierig im Rollenspiel-Kontext. Was ist für dich gamistisch? Ich greife da immer auf drei, auf so eine Dreiecksstruktur her, die ich aus den Handbüchern des Drachen habe, die von der Liste rausgebracht wurden. Das ist, dass die drei Ecken sind narrativ, simulationistisch und gamistisch. Mir geht es um die Geschichte, die erzählt wird. Mir geht es um den Realismus der Welt und mir geht es darum, dass das Regelkonstrukt, dass das Ganze als Spiel funktioniert, fair ist, gebalanced ist. Das sind die drei Extreme. Das ist gamistisch. Gamistisch ist halt eben, da geht es rein um Spielmechaniken. Das hat nichts, der Realismus ist zweitrangig und die Geschichte ist zweitrangig, sondern es geht mir darum, es ist ein gutes Spiel, wie ein gutes Brettspiel. So, mit dem Gedanken. Und es gibt genug SpielerInnen, die dadurch sehr geprägt sind, eben durch PC-Rollenspiele. Und da mute ich auch jeden NSC, den ich treffe und töte. Das gehört dazu. Ja, klar. Und dann besorgt man, glaube ich, über Reden einfach. Weil ich glaube, da treffen unterschiedliche Sichtweisen aufeinander in jedem Fall. Je nachdem, woher die Leute kommen. Das ist richtig. Aber wo wir mal bei Schurken waren. Also im Prinzip haben wir ja Schurken ja schon ein bisschen herausdefiniert. Das heißt, es ist nicht der profane Dieb oder Ähnliches, der gar nicht spielbar wäre in DSA, sondern tatsächlich die Extremvariante. Jetzt nehmen wir mal die Extremvariante, in der vielleicht noch ein Hauch Hoffnungsschimmer steckt, die durchaus vielleicht in der Kampagne dann einsetzbar wäre, mit eben einem möglichen Plot und eigenen Handlungssträngen. Aber wie wäre es denn, sagen wir mal, ein nicht ganz so extremer Schurke, aber immer noch bei uns, also innerhalb dieser Definition, in dem Rahmen, wo wir uns bewegen, wäre so ein Schurke denn ein Kaufabenteuer überhaupt möglich? Was glaubt ihr? Also in so einem ganz typischen DSA-Kaufabenteuer jetzt. Okay. Also die ganz, ganz alten, klassischen Kaufabenteuer, also Nebelmoor, Schwarzer Keiler, ihr kommt, warum auch immer, in Situationen mit, ich will nicht sagen, unzusammenhängender Logik, aber durch schon sehr wahnsinnigen Zufall, dass sie in einen Dungeon reinfällt. Ja, da kann sich halt auch ein Schurke rauskämpfen. Das ist richtig. Sobald es jetzt an die Abenteuer geht, wo halt ein bisschen mehr Heldenmut gefragt ist, also die Tochter des Kaufmanns retten, könnte man jetzt als geldgeiler Schurke vielleicht auch noch machen, aber halt ist eine ganz, ganz andere Motivation. Da muss man als Meister viel rumstricken und die größeren Kampagnen, jetzt Borbarat-Kampagnen und so, nein, nein, auch die kleineren, Ahrenstein-Kampagnen, nein. Bei Borbarat würde ich gleich gerne mal sprechen, weil ich finde das ein gutes Beispiel für einen Greater Evil. Ich bin grundsätzlich voll bei dir. Also das ist nämlich, mein Grundpunkt ist auch, Kaufabenteuer, ich kenne, glaube ich, ich kenne hauptsächlich fast ausschließlich DSA 4 und DSA 5 Kaufabenteuer und mir fällt gerade keins ein, wo ich sagen würde, das ist von der Motivation her so gestrickt, dass nicht irgendwann eine moralische und oder eine eine altruistische Überzeugung an erster Stelle stehen muss. Ich hätte ein Beispiel. Also es ist immer, es gibt kaum ein, kaum ein Abenteuer, wo es so ist, dass man, dass man am Ende der Charakter eine rationale Entscheidung sagt, ja, das Risiko ist auf jeden Fall die Bezahlung wert. Das ist eigentlich immer irgendwann, also weil sonst muss die Leute halt echt mit Gold zuscheißen, damit das, weil die riskieren ihr Leben. Das machst du halt nicht für, also wenn du als Söldner Kaufmannszug bewachen kannst für ein paar Münzen, ist das meistens effektiver, als irgendwelche Abenteuer zu bestehen gegen Drachen, Oger oder andere Ungeheuer. Und oft gibt es nicht mehr eine Bezahlung im Abenteuer. Da ist es quasi wirklich die Voraussetzung, entweder ist es der Aufhänger, die Helden helfen dem doch bestimmt, oder? Ja, ganz bestimmt. Wir setzen da ein armes, unschuldiges Wesen hin, dem das Hilfe braucht. Also quasi Dämpsel in Distress, die Jungfrau in Nöten im Deutschen. Oder du hast halt dieses, ja, ihr kriegt einen Auftrag, das ist okay bezahlt, aber dann wird es noch viel schlimmer. Aber ihr wisst auch, dass es notwendig ist, dass ihr das jetzt aufhalte, was da passiert. Das sind fast alle Abenteuer so gestrickt. Das ist nicht mehr schlecht, finde ich. Das ist aber für HeldInnen ja auch wichtig, dass die Motivation nicht Gold ist. Weil das ist doch schon ein ziemlicher Downer für den strahlenden Held, nur die strahlende Heldin. Wo du gerade die Wörter erwähnt hast, Egoismus gegen Altruismus, einmal kurz zur Erklärung. Was ist Altruismus und was ist Egoismus? Egoismus ist, ich stelle mich sehr, also Ego, ich stelle das ich an die erste Stelle, ich handel so, dass es mir am meisten nützt. Altruismus ist quasi, ich stelle das Wohl anderer an die erste Stelle. Entweder das der Gemeinschaft oder der Gesellschaft oder spezifische andere Personen. Also klassisch ist halt dieses, jemanden sich selbst in Gefahr bringen, um jemandem zu helfen oder zu schützen. Das ist eine klassische Egoismus versus Altruismus Entscheidung. Und das ist also Grundprinzipien, wo man fast alles Handeln irgendwie einordnen kann. Das ist für mich auch das Kernkriterium, was ein Schurken oder eine Schurkin von einem Helden oder einer Heldin unterscheidet. Der Schurke handelt im Zweifelsfall egoistisch, der die Heldin altruistisch. Würde bedeuten, bei der Frage, wie viel Geld muss ich dir bieten, damit du in die Steckdose faxt und damit die Welt rettest, aber dabei womöglich stirbst, wäre wahrscheinlich recht eindeutig dann beim Schurken oder Helden, oder? Dem Schurken musst du halt sehr, sehr viel Geld bieten, dass es sich lohnt, dieses Lebensrisiko auf sich zu nehmen. Klar ist in den Abwägungsprozess, da spielen viele Faktoren rein, auch wenn jemand tollkühn ist oder jemanden mit seinem Stolz packen kann, dann kannst du halt auch einen schurkischen Krieger, also einen blutrünstigen Söldner, kriegst du auch, wenn du den damit überzeugen kannst, dass er sonst feige ist, wenn er es nicht macht. Das sind aber andere Motivationen, aber grundsätzlich wird, um halt wirklich den Drachen zu erschlagen, um die Jungfrau zu retten, jetzt mal ganz im Klischee zu bleiben, das wird der Held oder die Heldin jederzeit auf sich nehmen, weil es das Richtige ist und der Schurke, die Schurke nur, wenn es sich wirklich für ihn oder sie lohnt. Durch Ruhm, durch Macht, durch Wissen, durch Geld. Also wir wissen jetzt schon, Atta lässt ungern solche Schurken in den Runden zu und das macht es für ihn unspielbar. Mischka, hattest du schon solche Schurken von den Spielercharakteren oder die sich vielleicht im Laufe der Zeit als solche erwiesen haben? Also ich habe schon abweg von DSA eine dunkle Elfenrunde im Menzo bei Ranzahn gespielt, also die Schurken überhaupt, die Bösen, die halt in ihrer eigenen Hierarchie nicht die Schurken waren, sondern eigentlich die kleinen Diener. Aber ich habe auch in DSA schon die Tausend-Oger-Kampagne angefangen mit drei Schurken aus Werheim, die da irgendwie sich in den Gassen zurechtgestohlen haben, damit sie überleben konnten und irgendwie in diese Story reingefallen sind, bis hin wirklich zur Oger-Schlacht und dem Kampf gegen Galotte. Ich sage halt immer, hey, macht ihr, ihr müsst halt meinen Plot aushalten können, weil klar, wenn du jetzt meinst, du bist der Mega-Schurke mit dem Dämonen-gepesteten Schwert, ja, dann sind deine Gegner halt Pfeile des Lichts und Bandstrahler, muss dir klar sein. Und wenn du halt den, ich sage mal, 0815-Schurken spielst, der eigentlich nur Unglück hat und so weiter, dann sind deine Gegner halt statt Wachen. mache ich egal, welche Art von Gruppe, wenn das Power-Level der Gruppe steigt, steigt das Power-Level der Gegner. Und je härter die Spieler in ihrer Eindimensionalität sind oder in ihrer Richtung sind, desto härter sind es die Gegner. Und wenn wir dann nochmal den Schurken einmal ins Feuer werfen, der kaum Motivation mit sich bringt, etwas zu tun, ist es dann deine Art und Weise, den sozusagen am eigenen Leben zu packen? Also sprich, wie kriegst du dann die Motivation, in den Schurken Heldentaten zu vollbringen? Ach so, okay. Das ist jetzt die Frage. Also mit Motivation, was zu tun, meinst du jetzt Heldentaten zu vollbringen? Weil er hat ja Motivation, seine Schurkentaten zu vollbringen. Dann musst du halt gucken, was kickt den Charakter, wenn er warum auch auf einmal in so 20 staunende Kinderaugen reinschaut und du machst das doch, oder? Du bist doch von unserem Block und klar hilfst du uns. Hey, ich habe eure Mutter alle beklaut und die Hälfte von euch gezeugt, aber wenn ihr mich so anguckt, klar mache ich das. Also du musst halt gucken, wo findest du den Spieler menschlich wieder? Und jeder hat da irgendwo eine Motivation. Das ist sehr, sehr personenabhängig, klar. Und wenn halt die Motivation für den Schurken der Drachenhort ist, ja dann bitte lass es halt sein. Und du musst halt auch mit dem Drachen klarkommen oder mit der anderen Schurkengruppe, die du in dem Drachenhort triffst, die da auch gerade rein will und dir beide feststellt, Mist, der ist schon leer. Also würde ich halt irgendeinen Turn reinbauen. Ganz kurzer Einwurf. Ich finde auch reine Schurken in den Runden, wenn man das einem Spaß macht. Also ich sehe da nicht so viel Putzjahr wie in Heldinnen, was die Langsame-Motivation angeht, aber das ist ein anderer Punkt. Aber reine Schurken in den Runden können auch funktionieren, weil dann alle moralisch quasi in derselben Perspektive agieren. Also es soll natürlich auch auf demselben Level sein. Also es funktioniert vielleicht nicht, wenn du halt den Straßendieb hast, der sagt, ja, ich klaue halt Beutel und es ist mir scheißegal, ob ich jemanden quasi dafür eventuell einen Hungertuch schicke, möglicherweise sogar, aber zumindest quasi einen Hungertuch nagen lasse. Den kannst du jetzt vielleicht nicht gerade mit dem Bernal-Haar-Paktierer in eine Gruppe schmeißen, der sagt, ja, Blut für den Blutgott. In DSA. Das ist jetzt eher ein Warhammer-Zitat. Aber vom Grundprinzip her, wenn du eine reine Paktierer-Innenrunde spielst, deren Ziel es ist, eben die Grundfesten der eventurischen Geweihtenschaft zu erschüttern, indem sie alle, ich weiß, die Kirchenvorsteher auf die eine oder andere Weile umbringen oder korrumpieren, ja, Gaufeut. Also wenn das Spaß macht, wenn du einen SL findest, der mit hat, auf jeden Fall. Aber keiner von denen passt für mich in eine normale, also normal nehme ich immer die eher heldenhaft orientierte Runde an. Auch Anti-Helden funktionieren, also eben der Charakter, der ursprünglich aus der Gosse kommt, der ziemlich übel ist, aber an sich dieses gute Herz hat und halt sich auch gewisse Grenzen setzt, der eben nicht einfach jemanden einfach nur erschlägt, um sich zu bereichern, sondern jemanden erschlagen hat, weil er überleben musste. Also dieses Kampf ums Überleben, das sollte niemals, niemals ein Kriterium, jemanden sofort zum Schurken oder zur Schurkin zu machen. Es geht da nicht um kriminell oder nicht kriminell. Es geht da um Grundmotivation und Grenzen. Im Kern, für mich, aus meiner Perspektive und meiner Definition des Schurken oder der Schurkin und des Bösewichts, das wäre genauso gutes Wort gewesen. Also mit dem... Als ich für mich... Ja, Mischka? Mit dem nicht Langzeitfähig gehe ich definitiv mit dir. Mir ist jetzt warum auch gerade immer der Bastard of Bolton in den Kopf gekommen. Für mich auch einer der fiesesten Schurken, aber auch mit der nachvollziehbarsten Motivation überhaupt. Vom Vater nie Lob bekommen, egal was er gemacht hat. Immer nur du, Depp. Dass der halt so Oberschurken wird, ist echt nachvollziehbar. Nur, was ist die Frage, wenn er jetzt wirklich irgendwie den Titel bekäme oder König im Norden wäre, dann würde der halt in sich zusammenbrechen. Das ist halt so das Wimbledon-Sieger-Problem. Was gibt's danach? Und das sollte einen Charakter schon irgendeiner Form bieten, ja. Deswegen gehe ich da mit dir, Schurken sind schwer in lange Kampagnen einzubauen. Oder sind halt megalomanisch und wollen noch mehr und noch mehr und Weltherrschaft. Das ist ja so ein bisschen das Problem mit den egoistischen Zielen, wie Wissen, Reichtum, Geld, Ruhm, Titel. Und altruistischen Zielen, wie ich möchte Menschen helfen, ich möchte Gerechtigkeit und solche Sachen. Wenn du Gerechtigkeit möchtest, dann kommt eben der nächste Usurpartor, der den Thron erobert und alle unterknechten möchte oder der nächste Schwarzmager. Irgendwen kann ich immer aus dem Hut zaubern als SL. Wenn du egoistische Ziele verfolgst, ja, irgendwann bist du reich. Irgendwann bist du mächtig. Irgendwann hast du das Wissen, was du möchtest. Und dann muss ich mir überlegen, also kann ich immer nur mehr Reichtum reinwirfen und dann bin ich mir in so einer Spirale. Das hat man bei HeldInnen auch, es ist fast unmöglich für eine Gruppe, die Borbarat besiegt hat, eine Kampagne zu finden, die danach sich größer anfühlt. Und das möchte man ja meistens. Man möchte ja sich irgendwie doch steigern. Aber man kann theoretisch eben auch die Charaktere weiterspielen und kleiner werden. Also auch die Borbarat-BezwingerInnen können theoretisch danach den Grafen stürzen, der irgendwo in der kleinen Grafschaft sein Unwesen treibt und alle Leute, die dort leben, knechtet und misshandelt und was auch immer. So, es ist trotzdem das Richtige. Es ist trotzdem Motivation für die Charaktere. Ich glaube, das ist dann der Name. Dann haben die Leute am Ende doch die Kurve zum Schurken genommen. Das ist ja auch. Das ist ja das Sprichwort. Du sollst das Held sterben, sonst wirst du selber zum Schurken. Genau. Bedeutet für mich aber zusammengefasst alles mit einer Motivation nehmen wir vielleicht mal Geld ein bisschen raus, weil Geld als Langzeitmotivation wahrscheinlich immer schwierig ist. Überhaupt finde ich Geld als Motivation schwierig. Aber jeder, also Schurken, die du irgendwo packen kannst bei der Motivation oder irgendwo an irgendeinem Gefühl würde ich durchaus als in Betracht möglich ziehen. Ich glaube, für mich als Meister der allerschlimmste aller Schurken wäre der, dem alles egal ist. Genau. Also alles, was wirklich zwischen den extremen Gefühlen so ist mir egal. Ist mir egal? Ist mir egal. Ich glaube, bei dem Spieler findest du keine Motivation und bei dem Charakter erst recht nicht. Aber der ist halt auch durch nichts zu stoppen, dieser Held. Das wäre ja wie Joker. Dem ist einfach alles egal. Wer wo wie in die Luft geht, ob Kinder, ob Frauen, ob Geweihte, ob er selbst. Also einer der gefährlichsten Schurken überhaupt. Aber ich finde, das ist vielleicht ein ganz rüder Punkt, was ich eben schon meinte, wo wir vielleicht mal reden können, ist die Frage, was ist mit einem Greater Evil? Also ist es, kann ich Schurken innen spielbar machen, dem das, wogegen sie kämpfen, noch schlimmer ist? Kann ich einen in der Borbarat-Kampagne dann mit dem blutrünstigen Resultner ankommen, der halt wirklich Massaker verübt, aber am Ende halt auch Borbarat stoppen wird. Also bereit ist, das zu tun und halt, der dann aber alles tut, was aus seiner oder aus ihrer Sicht dazu notwendig ist. Eben auch, wenn das heißt, ich brenne ganze Dörfer nieder, um den Vormarsch zu verlangsamen. Also bei Borbarat lohnt es sich nicht, sie alle zu töten, um die Nahrungsgrundlage wegzunehmen, weil dann hat er halt noch mehr Umtote, aber halt so in der Richtung. So dieses, ich gehe über, also wo wir beim Punkt sind, quasi das richtige Tun mit den falschen Mitteln. Zweck heiligt die Mittel. Ja, in einer ganz extremen Form. Eigentlich leider immer, egal ob jetzt für die Bandstrahler seinen Zweck, Hexen zu jagen, heiligt die Mittel, die Mädels auf der Hexennacht, die irgendwelche Jünglinge zum Musizieren beibestellen, heiligt der Zweck die Mittel. Also kannst du für jeden, aus jedem Blickwinkel sagen. Und aus dem Blickwinkel sind eigentlich alle irgendwo Schurken. Aber das ist tatsächlich, also ich würde tatsächlich sogar auch BandstrahlerInnen, also jetzt so, wie man sie jetzt kennt bei DSA, es gibt ja auch BandstrahlerInnen, sind ja vom Konzept her nicht immer diese wirklich, ich brenne alles nieder, sofort. Klar. Aber wenn man sie so wahrnimmt, dann sind auch BandstrahlerInnen für mich Schurken, weil sie für mich moralische Grenzen des Handelns überschreiten, die sie zwar etid dürfen, aber die aus einer otimoralischen Ebene, wo alle sich einig sind, das was die machen, also ein Dorf näher zu brennen, weil es da einen PaktiererInnen, einen Paktierer, eine Paktierin gab, aber da werden sich alle Spieler darauf einigen, dass das nicht angemessen ist. BandstrahlerInnen wären für mich Schurkencharaktere, diese BandstrahlerInnen, die ich deswegen nicht zulassen würde, auch wenn sie IT sich auf moralisch ein hohes Gut bewerben, aber auch die Inquisition im Klischee, wie man sie kennt, auch das sind SchurkenInnen. Also das sind für mich alles SchurkenInnen- Charaktere, das ist ein sehr gutes Beispiel, das wäre mir früher eingefallen, wenn wir uns darüber unterhalten können von Anfang an, aber das sind Charaktere, die ich nicht zulassen würde, weil ich glaube, dass der Zweck heiligt die Mittel, man darf nicht nur sich auf eins von beiden beziehen, man darf nicht nur das Richtige tun, und man darf auch nicht nur die richtigen Ziele haben, aber egal, welche Mittel man dafür nutzt. Wir könnten jetzt eine ganze philosophische Vorlesung oder Vorlesungsreihe dazu halten, wie ihr es mit Deontologie und Teleologie handhabt, was genau diese beiden Fragen stellt quasi, das Ziel oder der Weg ist entscheidend, aber beides sind für mich, gibt es Grenzen, alle Charaktere müssen sich auf beiden Maßstäben in einem Rahmen bewegen, den ich, sag ich mal, das kann ein Held noch tun, ohne zum Schurken zu werden, so quasi die Schwelle. Die ist natürlich für jeden anders und das ist ein schwammiger Begriff, das ist nicht eindeutig, total, gar nicht, aber wir müssen so ein bisschen in den Konzepten bleiben. Das wäre der Punkt, wo ich die Grenze ziehe, wenn ich einen Charakter vom Handeln oder von den Zielen als Schurken einhaut oder als Schurkin, ist das ein Charakter, den ich eigentlich in meinen SA-Runden nicht laufen lassen würde, außer das Ziel ist, dass dieser Charakter quasi eine Wandlung vollzieht zum Helden zur Heldin. Es ist aber eine immerwährende moralische Frage, was oder wie viele Menschen oder darf ich Menschenleben töten, um dadurch vielleicht noch mehr Menschenleben zu retten? Und ist man, glaube ich, in einer reinen Schurkengruppe, wird die Entscheidung eben anders ausfallen, als wenn man in einer reinen Heldengruppe sich bewegt, wo es, glaube ich, sehr konfliktreich wird und das ist das, was Atta ja zu Anfang als Theorie aufgestellt hat, wenn ein Schurke sich in einer Heldengruppe bewegt und es zu diesen moralischen Fragen kommt, dass es dann vielleicht die Gruppe am Ende sprengen kann. Vor allem, wenn es umgekehrt ist, wenn der Schurke die Schurkin schon getan hat, was für alle anderen die Grenze ist. Wenn der Bandstrahler das Dorf niedergebrannt hat, die Gruppe dann, wie er zusammenkommt, wird die Gruppe, wenn die restlichen Charaktere HeldInnen nicht mehr weiterlaufen. Selbst wenn die an sich dem Bandstrahler vieles durchgenommen lassen, weil er halt Bandstrahler ist, an dem Punkt werden die Gruppen, glaube ich, gesprengt. Und das ist dann für mich keine Perspektive. Von daher, egal, wie ihr da draußen Schurken definiert, ob ihr Schurken spielen wollt, ob ihr einfach nur Diebe sein wollt, ähnliches. Ich glaube, sobald das ein bisschen moralisch schwieriger wird, redet. Redet auf jeden Fall miteinander, redet mit dem Meister, redet untereinander, klärt es vorher ab, damit sich niemand vielleicht irgendwo in einer Spielgruppe auf den Schlips getreten fühlt. Oder gar vielleicht irgendwelche Taten des Charakters oder so persönlich vielleicht sogar nimmt, weil dann Handlungen durchgeführt werden, die man sich so gar nicht vorstellen konnte. Ja. Am Ende gilt aber wie immer, also jede Gruppe muss für sich selbst da die Grenzen setzen. Und es gibt sicherlich Gruppen, die Leute erst als Schurken sehen, wo ich sie schon lange als Schurker eingestuft habe. Und umgekehrt. Ich werde Leute durchlaufen gehen lassen und sagen, ja, unter dieser moralischen Konnexion, also ich finde zum Beispiel NekromantInnen, außerhalb von Aventurien, Aventurien ist das halt sehr klar dämonisch besetzt und so weiter, außerhalb von Aventurien, ich finde das Konzept eines Nekromanten, der zum Beispiel sagt, ja, ich nutze Untote, damit Lebende nicht arbeiten müssen und die Leichen, die interessiert das ja gar nicht mehr. Das sind halt Sklette, so, die haben keine Gefühle, dann sollen die halt, dann machen die die schweren Arbeiten. Das ist zum Beispiel ein moralisches Konzept, was man vertreten könnte. Und das wäre wieder was, was ich durchgehen lassen würde, aber es geht halt, jede Gruppe muss persönlich die Grenzen ziehen, wo sie das sehen, auch mit der Spielwelt und daran entscheiden. Aber ich glaube, es ist sinnvoll, wenn man Gruppen spielt, die in der Hinsicht homogen sind. Nur HeldInnen oder Leute, die HeldInnen werden sollen, können und SchurkInnen mit anderen SchurkInnen. Damit kommen wir auch zum Ende unserer Folge über Als Schurke spielt es sich leichter. Ihr da draußen könnt gerne in die Kommentare schreiben, was ihr schon mal für Schurken gespielt habt, ob ihr überhaupt schon mal die Idee hattet, Schurken zu spielen oder ob ihr, wie das so schön in DSA möglich ist, lieber Helden, Anti-Helden oder gar den Alrik von nebenan lieber spielt. Und an der Stelle bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei Atta, dass er als Gast uns heute zur Verfügung stand. Es war eine Ehre, eine Freude und ein Vergnügen. Bei dem auf jeden Fall die Schurken nicht einzeln zum Einsatz kommen und beim Mischka, der, ja, durchaus in seinen Runden die Schurken mal ein bisschen packt und gerne an der Nase herumführt. Ja. Bis dahin. Ja, dann würde ich sagen, machen wir ein Wrap-Up für heute. Ich hoffe, du hattest auf jeden Fall Spaß mit dabei, wo auch immer du uns gerade hörst. Schreib uns irgendwas drunter und gib uns irgendwie eine Bewertung zurück, inwiefern wir dir gefallen und, ja, am besten gib Vorschläge für neue Themen, weil die sind bei uns immer heiß gehandelt. Und würde ich sagen, ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.